Und da sind wir auch schon wieder. Serious Sam 3 im Endspurt, möchte ich fast schon sagen. Moin! Ihr seid mir sympathisch, denn ihr seid viele und euch kann man wegholzen. Holz. Holz. Also das ist jetzt nicht gerade hier das Schwerste oder so. Bleib am Boden! Für dich benutzen wir einfach mal die da. Ich habe keinen Bock, dass du dich wieder meilenweit bewegst, während meine Raketen auf dem Weg sind. Ist das Head-Paket da gerade runtergerutscht? Aua, in die Raketen reingelaufen, das war nicht sehr schlau. Oh, Minigun-Munition. Yeah, baby. Noch mal gucken, ob wir ein paar Raketen gehen. Raketen sind voll. Und 500 Schussen der Minigun. Freut mich sehr. Danke für die 500 Schussen der Minigun. Ich danke euch. Super. Herzlich. Ich habe es doch gewusst, der macht nicht mehr lange. Ja, ich hatte es im letzten Part schon mal angesprochen. Ich hatte gehofft, dass diese Stelle hier nicht kommen würde, aber natürlich musste sie kommen. Okay. Okay. Gott bless the Queen and the Minigun. 90... 70... Hilfe! Hilfe! Hm. Hinterhalt! Äh... Schön, dass die 500 Schuss schon weg sind. Okay, halten wir uns wieder hier ran. Denn da vorne, insofern wir da nochmal hinkommen, ist ja wieder eine Box mit Raketen. Was ich übrigens sehr nett finde. Sie könnten ja auch einfach nur immer 5 Raketen da hinlegen. Gott, ich hasse euch. So abartig. Bitte lass es das in Anführungszeichen schon gewesen sein, mit den Clears. Kein Mensch mag Clears. Ähm, ich möchte Raketen auffüllen. Ähm, ich möchte Raketen auffüllen. Es ist einfach... Nein! 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 Es ist einfach zu geil geworden, das Spiel. Es ist... Ah, so herrlich. Sich endlich durch Gegner am Massen zu fetzen. Das hat man wirklich nur bei Serious Sam. Das hat man bei keinem anderen Shooter. Okay. Sehr kluges Versteck, du Bürschchen. Nein, sehr kluges Bürschchen, du Verstecker. Okay. Sehr episch hier. Sehr schön. Ich sag's gerne nochmal, ich spiel noch nicht auf höchste Auflösung. Äh, was haben wir da? Gelb ist immer gut. Es wird gespeichert. Will uns das sagen, wir sollten uns mit dem Einsammeln beeilen. Oh, no. Gut, dass ich mir die Munition dafür aufgehoben habe. Ich bin mir die Munition dafür aufgehoben. 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 Nein. Ich hab... Da hinten ist noch eine. Oder war das dieselbe? Oder war das dieselbe? Wie viele seid ihr? Ich bin mir die Munition dafür aufgehoben. Ein ganz klarer Fall von Diebüsch. Okay, ich glaub, die eine hält noch einen aus. Oh, nein. Oh, auf gut Glück. Das werde zu staub. Was tut mir weh. Was? Was? Wie viele seid ihr? Verdammt nochmal. Boah, gut, dass wir eben mit Leben und Rüstung vollgepumpt wurden. Dammt nochmal und hört auf so zu Nusche in. Da ist sie. Weg ist sie. Na komm. Nicht hinter mir. Feiges Stück bist du. Okay. Bist du das? Ich bin gerade am überlegen, ob ich meine Meinung zu den absoluten Hassgegnern nochmal ändere. Boah, seid ihr eklig. Oh, Gott. Eben hatte ich so einen guten Lauf mit denen. Das ist noch eine neue. Im Ernst. Wir gehen die Schuss aus. Verschwinde besser wieder. Habe ich denn die eine hier vorne jetzt getötet? Ist die das? Boah, es geht gar nicht steuern. Wenn die dich erstmal am Wickel haben. Und vor allem sind das hier gerade so viele. Ich bleib jetzt hier echt erstmal stehen, bis ich die alle erledigt habe. Da denkt man die wäre es und dann hebt es einen die andere hoch. Wie fies. Aber dieses Geschwimmen, aber es hat doch irgendwas zu heißen. Stirb! Okay, ich höre kein Flüstern mehr. Aber ich habe so das ungute Gefühl, als wäre da hinten noch eine. Hinter uns. Ach komm, das ist... Das macht doch keinen Spaß. Beim besten Willen nicht. Staub! Werde zu Staub! Nein, ich möchte jetzt nicht weiter durch die Zeit gerissen werden. Wir waren bei 300, 300. Jetzt haben wir noch 180 Rüstungen. Oh, hier gibt es sogar wieder ein paar Granaten für uns. Oder was auch immer das darstellt. Wenn jemand weiß, was das für eine Mission ist, könnt ihr mir gerne mal kommentieren. Ich nenne es jetzt einfach so lange noch Granaten. Hallo! Das coolste an dieser Knarre ist einfach, dass man so unglaublich schnell hintereinander schießen kann. Das hat was. Äh, wo muss ich eigentlich hin? Um gleich auf die nächste Frage zu kommen. Wahrscheinlich da hinten. Das sieht gut aus. Du, wenn du mir in den Rücken schießt. Na, dann schießt ihr mir halt im Rücken. Ich hab schon verstanden. Skorpionenmetzger. Hey, das war mit Sicherheit der Erfolg für genug. Zack. Davon. Warum du jetzt nicht geschossen hast? Das war jetzt kein Mensch. Okay, äh, hier ist nur ein Mensch. Und es geht wieder in eine Höhle. Hm, nicht ganz. In eine Schlucht. Ha, 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 ha. Und es sind keine Raketen, also ist mir das auch egal. Käfer. Wow, okay, also dieser Teil davon könnte echt ätzend werden mal. Allein schon wegen den Käfern. Ich fütter euch. Käfer. Es sind Käfer. Was schießt da hinter mir? Killerspiele machen aggressiv. Was? Clears machen aggressiv. Und zwar mächtig. Schon wieder ein Erfolg. Gerne. Okay, 30 Stück noch. Autsch. Jetzt kommst du angeschissen. Wo ich grad viel besseres zu tun hab. Nämlich Clears zermalmen. Knochenstaub. Schrotflinten-Munition. Hm. Hm. Ganz im Ernst, wer hier die Schrotflinte benutzt, er spinnt. Der hat sie nicht alle. Der ist total wischi-waschi. Der ist total wischi-waschi. Der ist total wischi-waschi. Wo kommst du jetzt wieder her? Dafür brech ich dir das Genick. Ich hasse das ja, wenn die mir hier so in den Rücken fallen. Es gibt nichts Schlimmeres. Weil hier grad niemand ist, machen wir einen kurzen Cup. Sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.